Servus Leute, jetzt willkommen zum neuen Let's Play hier, Call of Duty 4, diesmal mit einem größeren Team, also wenn ich hier auf Tab drücke, sieht man es auch, also hier ist da Noah Leon, der Pedoblaze oder Maurice genannt, Cakebomb, also Leon, Moment, ich mach mal kurz einen Kill, verdammt, äh, wen haben wir noch, wir haben die Freundin vom, jetzt aber, äh, die Freundin vom Leon und, ja, das war's, und wir machen hier jetzt mal einfach so, fuck, Also, wir meinen nicht, fuck, wir machen, äh, ja, wir knallen ab, stellt euch alle mal vor, Jungs und Mädels Die haben hier Flatscreens mit Wilders XP Nein Oh, fuck Ja, ob, stellt euch mal vor, also die Idee man auch hat, Kerl Ich muss mich ja nicht vorstellen, mich kennt man ja mittlerweile schon etwas Na, ich meinte jetzt zum Beispiel deine Freundin Ich bin pedo Du bist pedo, Alter, was bist du für einer? Nein, ist recht nicht What the fuck? Nein Ja, hallo, deine Freundin, hallo Ja, ich bin die Freundin und ich heiße Zoe Und ich bin schlitz In der Tat So, jetzt Maurice In der Tat, kannst du dich im Eisenhallen Fick dich, ah, ne Nein, bitte Nein, das war gar nicht an dir, nein Äh, ich bin der Pedoblaze und ich heiße Maurice Und ich habe das Geld, nicht Das ist mit Sarraza Das ist mit Sarraza Boah, Alter Jetzt aber Ne, ich, äh, hab mich gerade dran erinnert Mhm So, also Jungs, falls wir jetzt nicht so viel reden Ja, diese, diese, ähm Anfänger hier, ja, die Noobs Also alle außer mir Die müssen sich jetzt gerade konzentrieren Und deswegen können die jetzt Ich bin auch kein Noob, du volle Joss Deswegen können die jetzt nicht sprechen Weil, ähm, die müssen sich da voll konzentrieren Du bist so eine Arschmarte Ja, wie gesagt Ich die Arschmarte Ich habe ja volle Pro-Skill Also ich brauche dann nicht Ja Ich habe auf der letzten Map auch 49 Kills gehabt Oder sowas Du meinst bei der 7 Und ich habe der nächste Und der nächste, der war glaube ich bei, ähm 24 oder sowas Das war dann höre ich Jetzt habe ich den Erstweg Aber was bedeutet das Oh mein Gott, ja, ähm Also Dillen, nur damit es weißt Wir sind in der Aufnahme Also jetzt Oh, schön Oh, schön Also, ähm Das ist jetzt der Dillen Der wollte eigentlich auch mitmachen Wenn er noch dazu kommt Kann er eigentlich jetzt auch noch Joinen und mitmachen Das mache ich dann auch Sofern er den Server findet Sofern ich das tue Äh, gib, gib, gib Gebrian Kompetenzer Und ich Ich bin sicher von Бог In der,וסp Der Server-Browser Wer schießt hier Eisруi mode das und schaß ich finde es auch nicht um die jungen wenn sich das hier auch scheiße ich habe mich nicht so bereiften siehle nicht du bist so schlecht hast du mit Pankus an oder so ach so jetzt so entspannen sind welchen aber ich habe so viel Geld sich auch keine Munition mehr für meine P90 Ganze ist ja nur weg ist schade ich habe doch gesagt die Noobs konzentrieren sich Alter der leckt ja voll rum der Typ ich bin auf die gutes Internet du lächst sie rum ich gehabt ich habe ungefähr ich habe ein ganzes Fack-Bagazin mit dem LMG auf dich verschossen bis ich mich betroffen hatte AF-51 und da steht irgendwas mit Neid und es müssten sieben oder sechs Schrot ja ich habe keine Munition mehr für die andere ich kann nur noch mit der Schrot schießen ihr seid ja solche Kacknuss der trifft ja nix siehst du der nächste strengt euch mal an ihr Penner ich bin gleich wieder da das war mir zu viel dort Stammt also der Server heißt irgendwas mit AR-51 und dann CAK und weiter CAK Raute 16 Neid und so ein B hinten dran ok davon geht es ganz so wie passiert nach ah ok ich hab ihn aber also ich glaube ich komme ich komme zu dich geflüchtet ich komme zu sich gezahlt heute Ola Paloma du kommst hin rein ich bin mir nicht drauf nur war ja er hat er solltet sich im Hintergrund werden viel und noch die guten Teil mit zwei und für sich ja lässig wer soll kann hat noch nicht ich bin ich bin er war ich habe er ist er ist ich bin so entdeckt ich habe ich bin er was gilt nein nein er ist unter der treppe jetzt nicht mehr wiedersehen ja so liebe ich das ich hoffe meine festplatte macht das mit Prozent wenn die Würze mitmachen Prozent Probeite müssen ich bin bist du auch schon das ist ein geschossen ist kann er hat die Rolle er ist er ich habe gerade falsche Taste gedrückt habe ich mich selber geblendet also eigentlich hätte ich euch alle abgeknallt hast du schon achso Ficker alter den Mongo ja nein ich bin sehr beliebt ja komm 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 jawoll was du eigentlich vorhin mit Sarah Zahn gemeint das hat mich so dran erinnert so nicht ich bin mit Skills nicht ich weiß nicht ich hasse Sarah Zahn kommen und so der ist ein bisschen Nubi aber das machen wir halt raus ja komm 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 jawoll ja ich mach den Kommentiersteam ha 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 da jetzt hat mich keiner außer dir gekillt glaub ich nicht danke Dylan deswegen du hast mich grad an den Arsch gerettet ok warte wie heißt du im Game Cake Bomb das ist Cake Bomb wo wir sind so Geldbomb ich hasse diese Nacht so sehr ja inzwischen geht es auch bis auf den Sachsen wir haben hier auf die Karte alles Dylan ja ich hab gedacht hätte ich gar gekillt ne es war nicht auf der ist Pädoyle Pädoyle ich hab's gar nicht mehr weiter weg mich ich hab das wie man so nahen kommt äh weil mich viel angesprochen haben dass sie ein Pädoyle sein weil sie denken ich bin 40 ja wie auch immer also hast du auch mit zum Beruf gemacht die Gato dann ab D 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 Boah, nein! Nein! I will survive! I will survive! Wir haben noch einen auf der Map. Alter! Hab ich dich eigentlich gekillt? Was? Doppelgill. Ich hab mir Helikopter! Bringt dir gar nichts hier drin. Nee, weißt du, ich jag euch alle raus. Irgendwann waren die Waffen 5 Meter oder so von mir weg. P gehabt. Würde ich jetzt mal sagen. Nein, fick... I will survive! Halt die Fresse. Wir müssen sie nicht übernehmen, er ist behindert. Nein! Was war das dann? Alter, der wirft eine Granate, du hörst ihn nicht, ne? Erst wenn sie knallt. Hä? Was ist der Mann? Das ist so eine Scheißwaffe! Ja, dann musst du ihn ja richtig auswählen bei Escape. Oder die 90. Was? Stammt! Nein, ich back hier wirklich... Das war so klar, Alter! Du bist ja eine Scheißgranate, hörst du nicht! Was denn das für ein Cheat da, ey? Na warte, Alter, na warte! Oh! Ich hasse diese Nacht so sehr! Nein, nein! Warte, weg! Das sieht nicht aus wie... Das sieht einfach nicht aus wie Nacht. Das sieht einfach aus wie so ein irgendein netziger Augenkrebs, wie du es gesagt hast. Da, ich doch. Aua, du klar. Das ist einer, meine Meinung. Dreckiger Kirstealer. Macht nichts. Wo wurde hier geschattet? Tch! Hm. Nein! Da hab ich dir gestorben. Ich hatte... Who can say the world is going straight on another? Junge, wie singst du? Ich kann schön singen, ja. Lass noch singen, das macht... Das wird sich. Boah, ich meine, du kannst wundervoll singen, wundervoll. Ja, kann wundervoll singen, so. Meine Mama wollte das immer nicht. Mann, ey, da oben hocken alle und campen sich dann ab, ey. Oh, der ist da liegen. Boom. Schocken. Geh, sterben, wer? Geh, sterben! Geh, sterben! Hab ihn! Hab ihn! Ich sitz grad vorm Computer. Lustig. Alter, Sascha! Ja? Junge, es geht hier ab! Was denn? Deinemore, oder? Deinemore, oder? Deinemore, oder? Deinemore, oder? Deinemore, oder? Deinemore, oder? Alter, ey! Arie? Du bist hier ab каждый als ich, oder? Wer ist hier Ab? Boah! Stirb! Geh doch! Als Forscher, Junge! Immer du! Ja, immer ich. Fast nie jemand anders küsst du mich. Hallo Freunde, wie geht's? Hallo Sascha! Weg mit den Marsch. Schildo ist so da der Ecke zusammen drücken Kaffee Schatz Lass uns Kaffee dann trinken, wenn wir Kaffee trinken wollen Da, was willst du noch mal? Ja, oh scheiße Ihr solltet Kaffee grenzen halten hier, ja, das ist Krieg Dann Kaffee grenzen, wenn wir den Kaffee grenzen halten wollen Den Lassen Ich fühl mich den Fettzeug aus Z124 Was? Ich vermisse den Fettzeug aus Z124 Den hat mich nicht gekillt Weil er konnte heute was fragen auf einmal Ja Bis ja, aber schwer Pädoyer, Pädoyer Pädoyer, Pädoyer Pädoyer Pädoyer, Pädoyer 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 Vor meinem Tod habe ich zwei Schüsse abgegeben und habe daran mit Teroblaze kaputt gemacht Tod gemacht Ich bin noch am Leben Ja, ich habe ihn tot gemacht Ne, ich bin nur noch am Leben T Вот! Tod! Tod! Stellt euch an die Treppen Alter doch alle vier haben die Ehe wurde ja auch der Fall alles verdient wir haben sein Kettbewerb abwegten und schicken mich durch aber so mehr alles ich mag dich nicht so wie ich mag Züge Ich mag auch Zwiebeln, Zwiebeln sind lecker Ich mag Zwiebel Boah, nein! Eine Sekunde, die Hand weg von der Maus, ey Ernsthaft, am DG holte deine Granate Ja Ernsthaft? Sicherheitsmaßnahme Deshalb bin ich verreckt Ja Oh mein Gott Wie heißt der Skill, oder irgendwie nach dem Tod, dass da eine Granate kommt? Ha? Stirb Ist jetzt Dylan schon hier bemutet Boah, ein nüchiger Junge kann auch nichts Nix kann, nix kann Stress oder was, Alter? Moriss, Alter, was? Stress oder was, hä? Immer noch Das ist nämlich gerade ein sexy Batman Ich bin ein sexy Batman Fils die Ärger, Max die Ärger, stehst du auf Ärger? Möchiger Was ist denn nochkal auf Ärger? Ich bin ein Röger, die in und drinnen Fuck Wer ist denn böse Emotionen? Witsch Nein, meine Klasse wechselt sich einfach nicht. Das Problem hatte ich am Anfang auch. Wie behebe ich das? Ich habe keine Ahnung. Ich konnte mir erst eine neue Klasse auswählen, nachdem ich Level 4 war, also mir eine eigene Klasse machen konnte. Dann konnte ich auch andere Klasse auswählen. Okay, dann springst du Level 4, ich bin bis der zu 3 ist. Die haben sich aber eingelichtet, ey. Die sagte, die ich gerade habe, ist richtig scheiße. Nein, nein, nein. Ah, komm schon. Meine Musik verraten alle. Ich stehe halt auf Ärger. Magst du Ärger? Stehst du auf Ärger? Ach, der Antigeode! Double kill. Du bist doof, Mann. Ich glaube, du magst mich nicht. Ich mag dich einfach nicht. Ich mag Noah nicht. Ich mag dich lüge. Erst Noah. Noah ist das Kitty mit den Scheiß-Hetzeln. Das Kitty, okay. Ja. Ist ich überhaupt noch da? Alter! Spawn der direkt hinter mir die Drecksau. So! Das hast du davon. Eija, das muss so sein. Das Spiel ist geil. Genau wie deine Mama nicht. Na klar, ist meine Mama geil. Das musst du ja wissen. Nein. Ich glaube, ich will dir Arschlöcher. Ja, ist eine einfach B4-Zocker. Was für jubile Name. Ey, aber es geht ja schon ordentlich, aber auf dem Server, oder? Ja. So. The Pro Gamer 2001. Wir haben noch kurze Bestandsaufnahme, was meine Festplatte so sagt. So geil, ey. Boah, fuck, ich hab nur noch 14 Gigabyte, nein. Sorry für die kurze Unterbrechung. Ich hab grad technische Probleme, bin aber wieder im Spiel. Natürlich sind wir eine ganze Killzwege, superklasse. Dankeschön. Ja. Geh ich mir. Jetzt merke ich, dass sie ganz ehrlich ist dumm ausgefallen. Alles ist dumm, geh auf seinen Helm, der ist hell. Das ist doch ändern, die ist so bisschen mehr. Ja, aber es sieht trotzdem scheiße aus. Ich hab einen guten Server gefunden. Okay, schön danach. Wer jetzt auch so schön geht. Mhm. weh. Wer ist wohl B4-Zocker? Und, azure ich, irgendwo. Mengenwix! Und, wenn ich jemanden mir sch vermay. Wie kann ich egentlich Parteien folgen ? Wer kann ich sagen gehen? Was denn? Alter! Ui! Oh mein Gott! Genau dafür liebe ich dich! Tschüssi! Yay! Ramp! Das ist scheiße! Mich hast du noch nicht erwischt! Nein! Das ist scheiße! Nein! Welcher Penner war das? Case Bomb, Alter! Komm, stöte! Ich werde dich töten! Langsam! Oder schnell! Äh, was? Ehen wirst du schnell töten. Auf dem 1 zu blasen! Ich fall nicht runter. 略enn! Prozent er nächster kommt so nicht an sich was sie nicht an die Kunden die Städte wie kann man seine Minimap wieder hinbekommen jetzt nur weggerägt keine Ahnung das ist die eine Million Euro so war heute läuft doch den Dschungel könnten wo ich will es in Tränen siehe der Bordel heißt es wird alles färts Bacca es ist ein ernst Jo Jo und 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 Nö, ich wirf die nicht, ich lasse die fallen automatisch, wenn ich sterbe. Wieso? Weil ich Bro-Gamer bin, Alter. Stirb. Hat nichts mit Bro-Gamer zu tun. Ist einfach nur schlecht. So was nennt man, Null-Liefe. Das ist geil. Dill, ich sag hier nur Computersucht. Ich weiß schon, eine Woche hätte ich mehr duschen. Es fing da alles damit an, lass ich kurz CO2... Nein, wie was? Nichts sehe und die. Das ist aber nicht mehr. Ich wollte die Wurkopf genau. Das fing alles damit an, dass ich mehr und der Wurkopf untergeladen habe. Dann ging es so weiter, dass ich bereits schon mehrere Wochen mit duschen war. Weil ich die Welt in den ZDF nicht. Hä, was ist das? Was war das denn? Ach, die Art der ZDF. Das war ZDF. Besonders inwiegend... Wenn man in Welskampf hat man manchmal keine Zeit zum Mögen, den Duschen jeweils zum... Der Fiesk für den Klogang, dann hob es schon mal eine Flasche. Nicht wirklich. Doch. Genauso, was ist ein Gamer, einfach nur beschämend. Ja, war nur so lächerlich. Haben das echt gesagt? Ja. Einfach nur so, das hat sie wirklich gesagt. Ja, das haben sie wirklich gesagt. Ja, das haben sie so gesagt. Gott. Das sind jetzt die anderen noch da, aber sind die jetzt auch weg. Ich bin noch da. Dylan? Sascha? Ja. Noah? Ja. Hab ich wen vergessen? Den Pedo. Den Pedo. Das ist nur ein harmloser Tod, ja? Ich kann nicht auch messern. Dylan, komm mal auf CRK, äh, AR51, CRK13, Custom Map. Ah, okay. Also jetzt nicht mehr auf den Server, oder was? Nein, nee, scheiße. Okay. Da würde ich sagen, machen wir jetzt mal für alle, die aufnehmen, an der Stelle einen Schnitt. Und sind gleich wieder da, verdammt. Und tschüss. So, also bis gleich, ciao. Bis zum nächsten Mal.